Vorbei ist nicht vorbei. Mit einer Narzisstin oder einem Narzissen eine Beziehung zu führen, kann die Hölle sein. Sie oder ihn zu verlassen, ist leider nicht das Ende vom Lied. Es fällt schon schwer genug zu erkennen, in welchem diabolischen Beziehungskonstrukt man gefangen ist. Das Gehen und Schlussmachen sind noch einmal zwei völlig andere Paschur. Ein Narzisst hält sich für den Nabel der Welt. Er hat immer Recht, steht über den Dingen und er ist unantastbar. Verlässt man ihn, nimmt er diese Kränkung persönlich, so er sie überhaupt realisiert. Man muss tatsächlich mit dem Schlimmsten rechnen, wenn man sich aus den Fängen einer narzisstischen Beziehung befreit. Welche düsteren Taktiken und Winkelzüge dabei zum Einsatz kommen, verraten wir dir in unserem heutigen Video. Wundere dich nicht, wenn es im Leben eines narzisstischen Partners plötzlich drunter und drüber geht, sobald du sie oder ihn verlassen hast. Selbst wenn jahrelang nichts dergleichen passiert ist, wird plötzlich seine Mutter erkranken, das Geld wird knapp werden, er selbst erleidet einen schweren Unfall oder ist von einer Sekunde auf die andere ein seelisches Wrack. Nichts von alledem wird der Wahrheit entsprechen und falls doch, ist es nicht mehr deine Baustelle. Wenn das Zuschieben des schwarzen Peters jemals eine olympische Disziplin wären sollte, haben die Narzissten aller Länder die allerbesten Chancen auf Gold. Sie drehen und wenden jeden nur erdenklichen Sachverhalt so lange, bis das für sie stimmige Ergebnis erzielt wird. Im Falle einer Trennung schaut diese Strategie so aus, dass alles nur deine Schuld ist und sie das ahnungslose, verlassene und betrogene Opfer sind. Nummer 3 Stalking Dies ist leider einer der Königsdisziplinen von Narzissten und kann gefährliche und lebensbedrohliche Formen annehmen. Immerhin ist das Verfolgen und Terrorisieren von Menschen inzwischen strafbar, wenn auch nur wenig dagegen ausgerichtet werden kann. Stell dich darauf ein, dass du deine Ex-Partnerin oder deinen Verflossenen immer wieder zufällig treffen wirst und man keine Gelegenheit auslässt, dir über den Weg zu laufen. Das Stalking findet natürlich nicht nur im echten Leben statt, sondern auch auf Social Media, wo du schon bald nach der Trennung von einem Narzissten mysteriöse neue Follower und Freundschaftsanfragen dubioser Herkunft erhalten wirst. Nummer 4 Narzissten würden alles, wirklich alles dafür tun, um sich nach einer Trennung schadlos zu halten. Dazu zählt auch, dass ihr Ruf unangetastet und makellos bleibt. Dafür sorgen sie, indem sie bei gemeinsamen Freunden, Familienmitgliedern und sogar an deinem Arbeitsplatz die wildesten Lügenmärchen und Gerüchte über dich verbreiten. Nummer 5 Besserung geloben und das Blaue vom Himmel versprechen Dies ist oftmals der erste Schritt, die Narzissten unternehmen, um dich wieder zurück in ihr Spinnennetz zu locken. Sie versprechen dir alles, nur damit du wieder zu ihnen zurückkehrst. Es sollte dich nicht überraschen, aber das sind nur Blendgranaten und leere Worthülsen. Sie können es nicht ertragen, zu verlieren und genau das versuchen sie, mit ihren scheinheiligen Schwüren wieder auszumerzen. Nummer 6 Man versucht, dich eifersüchtig zu machen Narzissten sind leicht zu verstehen, wenn man sie einmal durchschaut hat. Kennt man das fragwürdige Spiel, das sie mit dem Seelenfrieden und der Selbstwahrnehmung ihrer Opfer spielen, dann überrascht einen so schnell nichts mehr. Sei also nicht erstaunt, wenn deine Ex oder dein Ex schnell als gedacht wieder im Liebestaumel schwelgt und reichlich Bildmaterial von neuen Glück auf Social Media und im Freundeskreis teilt. Auch dieser Mensch ist nur Mittel zum Zweck im manipulativen Universum des Narzissten und dient einzig und allein dazu, dich eifersüchtig zu machen. Nummer 7 Emotionale Erpressung und Schuldgefühle Narzissten sind nicht nur sehr charmant und charismatisch, wenn es ihren Zwecken dient. Sie sind von Natur aus auch begabte Schauspieler. Nach der Trennung von einem solchen Menschen solltest dich nicht wundern, wenn sie oder er alle Hebel in Bewegung setzt, um an dein Gewissen und dein gutes Herz zu appellieren. Wenn ein Narzisst behauptet, ohne dich nicht leben zu können, lass ihn ruhig den Beweis dafür antreten. Er meint in Wahrheit nur, dass es ihm unannehmlich Möglichkeiten bereitet, sich nun ein neues, billiges Opfer suchen zu müssen. Nummer 8 Er sind auf Rache Damit musst du bedauerlicherweise rechnen, wenn du einem Narzissten die rote Karte zeigst. Dieser Persönlichkeitstyp gehört nicht umsonst zur dunklen Triade und wird auch häufig als antisoziale Charakterstörung bezeichnet. Rache ist das Mittel der Wahl, wenn ein Narzisst sich bloßgestellt und gedemütigt fühlt. Sei vorsichtig und versuche nicht allzu leicht, für sie ihn zu finden zu sein. Ein vollständiger Kontaktabbruch ist ohnehin die einzig richtige Wahl, weil du sonst weiterhin den unsichtbaren Fäden seiner manipulativen Scham- und Gefühlsoffensiven schutzlos ausgeliefert bleibst. Nummer 9 Die Trennung wird nicht akzeptiert Wundere dich nicht, wenn der Narzisst einfach so weitermacht, als wäre nichts gewesen. Viele sind psychisch derart vernagelt, dass sie Umstände und Entwicklungen einfach ausblenden und nicht wahrhaben möchten. Sie erzählen dann gemeinsamen Freunden von schönen Wochenendausflügen und anderen gemeinsamen Aktivitäten, während du bereits allein und erfolgreich getrennt deiner Wege gehst. Was für sogenannte normale Menschen wie ein schlechter Witz und pure Realitätsverweigerung klingt, ist für Narzissten die einzige Wahrheit. Unser heutiges Fazit Du hast dich trotz allem richtig entschieden. Zweifle nicht daran, dass deine Entscheidung, die Narzissten zu verlassen, die richtige war. An seiner Seite hättest du weder eine Zukunft noch ein erfülltes Leben. Die Trennung wird man dir trotzdem so schwer wie möglich machen. Betrachte diese Stolpersteine nicht als Argument, um zu bleiben, sondern als offene und ehrliche Kampfansage. Denn genau so ticken Narzissten. Sie haben immer recht, alle anderen liegen immer falsch. Du bist ihr Eigentum, ihre Trophäe und das billige Opfer, mit dem sie jahrelang ihre für sie unterhaltsamen Psychospielchen spielen konnten. Wagst du es, sie zu verlassen, wirst du ihren Zorn zu spüren und ihr wahres Gesicht zu sehen bekommen. Sag Danke für diese Lektion in Sachen Wahrheitsfindung. Ohne die ernüchternden und vermutlich leider auch erschreckenden Aha-Erlebnisse, die man dir zum Abschied noch zumuten wird, wäre immer die Spur eines Zweifels geblieben. Narzissten verstehen eines nämlich ganz hervorragend, ihre Opfer dazu zu bringen, sich als Täter zu sehen. Wenn dir unser heutiges Video gefallen hat, dann schau auch gern auf unserer Homepage vorbei. Dort findest du viele spannende Themen zum Nachlesen. Den Link hierzu findest du in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.